Hamburg ist für mich einfach die schönste Stadt. Die Alster, der Hafen und Franzbrötchen. Und ich arbeite gern in der Intensivpflege. Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. Trotzdem ist mir wichtig, dass ich einen Ausgleich zu meinem Job finde. Und vor allem, dass die Zeit mit meinem Sohn nicht zu kurz kommt. Darum passt das Konzept vom Asklepios Hamburg Pflegepool gut zu mir. Ich erstelle einfach monatlich meinen Wunschdienstplan und kann so arbeiten, dass meine Work-Life-Balance stimmt. Und da ich zwischen mehreren Kliniken hin und her springe, bekomme ich Einblick in die unterschiedlichsten Intensivbereiche. Und auch finanziell lohnt es sich, dank Tarifvertrag und Poolzulage. Ich kann mein Leben so gestalten, wie es mir gefällt. Arbeit, Familie, Freizeit. Werde Teil unseres Teams im Asklepios Hamburg Pflegepool. Und gestalte deinen Job in der Intensivpflege und vielen weiteren Fachbereichen so, wie er dir gefällt.